Eine unglaubliche Entdeckung nimmt uns mit auf eine Reise weit zurück, in ein verloren gegangenes Zeitalter, anders als alles, was wir jemals kannten. Eine prähistorische Welt, in der die Mitte Nordamerikas in einem Meer mit fremdartigen Wesen versunken liegt. Jetzt zeigt uns National Geographic Entertainment ein episches Abenteuer, das 82 Millionen Jahre lang vorbereitet wurde. Bevor sie in unserer Fantasie gelebt haben, haben sie wirklich gelebt. Sie Monsters, Urgiganten der Meere. Untertitelung des ZDF, 2020